So, hallo zusammen. Sag hallo. Hey guys. Heute ist der sechste Tag. Wir sind auf dem Weg zum Lake Tao, haben eben wieder vollgetankt. Waren vorhin beim Rausfahren aus Sacramento, haben wir noch am State Capital vorbeigeschaut. Ja, war ganz nett. Ich genieße ein bisschen die Gegend, meine Reisebegleiterin fährt. Also, ja, dann sehen wir uns wieder beim Lake Tao. So, noch ein bisschen Aussicht für euch. Bäume gibt es ja in Deutschland nicht. Okay. Tschüss.